so falls mich schon jemand hört nicht wundern ich bin hier noch kurz am einloggen die technik bei linkedin ist leider ein bisschen kompliziert aber ich hoffe dass es jetzt soweit klappt herzlich willkommen langsam müsste ich auch zu sehen sein so herzlich willkommen ich grüße sie mein name ist marcus fischer ich freue mich hier das jetzt mal auszuprobieren linkedin zum thema konflikte verstehen und lösen meine idee ist dass ich hier auf linkedin so langsam auch ein bisschen präsenter werde auch mit dem thema was mich seit 25 jahren beruflich beschäftigt nämlich die konfliktarbeit und finde es gerade sehr spannend hier das auch live machen zu können mit ihnen bin nur gerade noch ein bisschen unsicher linkedin die technik finde ich ein bisschen verwirrend ich mache zwar sehr viel online arbeit aber dieses live programm hier bei linkedin ist mir noch nicht so ganz durchsichtig also ich hoffe sie und ihr könnt mich jetzt sehen und verstehen wer irgendjemand einen chat vor sich hat und mal was reinschreibt ist schon mal gut norbert ich danke dir du bist meine rettung du hörst mich okay so herzlich willkommen ich lege einfach mal los und es wird eh aufgezeichnet wer es dann bekommt oder es nicht sehen kann kann sie im nachhinein gerne mal anschauen okay vielen dank für die rückmeldung auf youtube scheint schon mal zu klappen ob linkedin klappt weiß ich noch nicht aber das sehen wir dann also lasst uns einsteigen in das thema konflikte verstehen und lösen wie gesagt ich komme aus der konfliktarbeit ich bin seit 25 jahren hauptberuflich mit konflikten beschäftigt wahrscheinlich weil ich sie selber so sehr hasse und weil ich natürlich auch faszinierend finde aber es hat ja immer alle gründe habe ich mich vor vielen vielen jahren mal da reingeschmissen in dieses faszinierende feld und möchte hier mit ihnen jetzt mal so ein paar essentials teilen dessen was ich da für mich versucht habe zu verstehen und zu lernen und ich sage das bewusst als so work in progress weil konflikte sind für mich das faszinierendste aber auch erschreckendste phänomen unter uns menschen ich meine da brauchen wir nicht weit gucken was in der welt los ist von kleinen noch verbal ausgetragenen konflikten spaltungen bis hin natürlich dann auch hin zu körperlichen kriegerischen auseinandersetzungen sind konflikte eigentlich für mich das thema was wir besser verstehen müssen was wir händeln lernen müssen wo wir mehr bewusstsein entwickeln müssen als menschen und das ist natürlich das sehe ich an mir wie begrenzt ich da bin eine echte herausforderung und deswegen da ich ja sehr viele menschen auch darin ausbilden besser mit konflikten umzugehen ist es immer so ein bisschen hin und her was muss man in der praxis lernen was muss man in der theorie wissen und was ich ihn jetzt hier ein bisschen zeigen möchte ist so ein theoretisches konstrukt natürlich auch um mir helft mir mir verstehen zu helfen wie ticken menschen warum ist es manchmal wirklich schwierig mit konflikten umzugehen und das kann ich sagen da ist auch keine schande finde ich immer obwohl ich jetzt viel mit konflikten arbeite abgesehen davon dass ich bei eigenen konflikten immer wieder vor den gleichen herausforderungen stehe auch professionell wenn ich konflikte berate ist es nicht so dass wir jeden konflikt gut lösen können oder auch überhaupt lösen können ich habe mal so ganz grob aber das ist eine ganz grobe zahl ich würde mal sagen dass man vielleicht 50 60 prozent jetzt meiner wenn ich so überlege in konfliktarbeit 50 bis 60 prozent der konflikte konnte man gut oder halbwegs lösen das heißt vielleicht auch 70 prozent das heißt da hat sich was entspannt in der arbeit ja im team wenn ich unternehmen gehe organisationen natürlich auch oder in familien und da hat sich was verändert wurde mal was ausgesprochen das hat sich also auf der beziehungsebene wieder ein bisschen vertrauen aufgebaut hat sich was verbessert würde ich mal grob schätzen vielleicht zwei drittel der fälle aber in wirklich auch vielen konflikten grob ein drittel würde ich sagen hat sich wenig bis gar nichts getan trotz aller arbeit vielleicht war ich die falsche person natürlich das kann auch sein da war ich gerade nicht fit oder das glaube ich nicht nicht so ganz weil ich teilweise konflikte auch dann länger begleitet habe sie wieder zurückkommen und sehe es gibt konflikte da scheint sich wie nichts zu bewegen ist total schwierig da eine entwicklung rein zu bekommen und das fand ich natürlich zum einen auch persönlich frustrierend aber dann auch faszinierend und spannend warum ist das eigentlich so so mittlerweile würde ich natürlich sagen ja klar es müssen sich auch nicht alle konflikte lösen das gehört auch zu meiner entwicklung dazu ja früher war ich natürlich auch die hoffnung wir können alles lösen wir können alles klären nein das glaube ich auch nicht ich glaube auch manche konflikte braucht es quasi als veränderungskatalysator und trotzdem ist es natürlich oft frustrierend zu sehen wie konflikte verarbeitet werden wie schwierig es manchmal ist wie sehr menschen darunter leiden so da würde ich mir schon wünschen sagen ja wir brauchen konflikte aber wir können trotzdem lernen besser damit umzugehen ja so das ist eigentlich mein ansatz und für mich hat viel dazu beigetragen dass ich gelernt habe besser damit umzugehen dass ich natürlich auch wieder versucht habe zu verstehen menschen besser zu verstehen ja konflikte ist natürlich ein abstraktum konflikte haben menschen menschen haben konflikte und deswegen wenn man konflikte besser verstehen will und sie auch besser lösen will dann muss man den menschen also wir müssen uns besser verstehen und was ich ihnen jetzt hier so ein bisschen zeigen möchte und auch jetzt nicht nur heute das werde ich heute wahrscheinlich gar nicht alles unterbringen ist so ein bisschen wirklich zusammen gedampft auf wenige punkte wo ich immer wieder auch für mich weiterdenke weiter versuche mich vorzubilden zu verstehen wie können wir menschen da besser verstehen damit wir uns und anderen dann auch besser helfen können mit konflikten besser umzugehen so und ein eines der wesentlichen themen was mir persönlich am meisten geholfen hat in dem bereich um konflikte menschen besser zu verstehen und da meinen beitrag hoffentlich besser zu leisten ist der bereich der persönlichkeitsentwicklung der menschlichen veränderung im laufe seines lebens also der entwicklungspsychologie jetzt mal so allgemein gesagt bitte jetzt nicht erschrecken vor dieser grafik und jetzt auch nicht hoffen oder erwarten dass ich ihnen hier einen entwicklungspsychologischen universitätsvortrag halte weil ich bin dass ich habe das nicht studiert für mich kommen die themen aus der praxis also ich habe geguckt was hilft mir in der praxis und das versuche ich ihnen jetzt mal ein stück weit zu zeigen also das grundlegende wichtig die grundlegende wichtige erkenntnis war und ist für mich dass wir anerkennen dass wir menschen von geburt vielleicht sogar vor bis zu unserem ende wo immer das auch sein mag uns weiterentwickeln dass wir uns verändern können und da ist zum teil ein sehr natürlicher prozess drin aber dann irgendwann gerade wenn wir erwachsen sind kommt natürlich auch ein bewusster prozess rein wo wir uns dafür entscheiden können diese persönliche weiterentwicklung voranzubringen und dann habe ich natürlich geguckt wer beschäftigt sich mit weiterentwicklung was gibt es da für modelle und ideen und da gibt es dutzende verschiedene ideen und modelle das finde ich schon mal wichtig dass wir das anerkennen wir glauben oft dass erwachsene fertig sind deswegen diese grafik ist ganz hilfreich finde ich wenn sie da mal unten die achse gucken geburt kindheit pubertät erwachsen ja so und wir glauben hier wachsen da sind wir so irgendwie 20 21 und dann sind wir fertig und die forschung zeigt eben sehr sehr klar und ich finde die persönliche erfahrung zeigt das auch dass wir auch als erwachsene eben nicht fertig sind sondern uns weiterentwickeln können denn sonst erkennen wir diese persönlichkeitsentwicklung kennen wir häufig so aus der kindheit ja kind wer kinder hat oder kinder erlebt ja die verändern sich ja massiv und die verändern sich natürlich körperlich sehr stark aber und das erleben wir natürlich auch sie erleben sie verändern sich geistig sehr stark ihre fähigkeit die welt zu sehen ihre art wie sie auf die welt reagieren die fähigkeit sich selber zu betrachten sich selbst differenziert auszudrücken die geht ja von gar nicht vorhanden bis zu einem sehr durch bewussten selbstausdruck ja die selbstwahrnehmung steigt schon wenn wir äh verändert sich wenn wir erwachsen wenn wir aufwachsen so also da gibt es also sehr sehr verschiedene modelle und was sie hier jetzt sehen diese sechs stufen die ich hier verwende sind nochmal ein vereinfachtes modell und mir geht es gar nicht darum möchte ich jetzt nicht in alle details da reingehen ich möchte ihnen hier nur mehr so ein geschmack davon geben damit wir verstehen warum menschen sehr sehr unterschiedlich ticken und was das eben auch mit konflikten zu tun hat was diese entwicklungspsychologie im grunde eben aussagt ist zum einen dass wir diese entwicklungsebenen hier alle durchlaufen die sie hier mit sehen mit die sind jetzt hier mal bezeichnet magisch egozentrisch konformistisch rational pluralistisch integral diese begriffe sollen so ein bisschen ausdrücken was passiert auf dieser ebene auf der wir sie durchlaufen kennen tun sie wahrscheinlich vom begriff her bestimmt alle die egozentrische ebene ja das ist die die alle eltern äh fürchten wenn dann die kleinen ihr ego entwickeln und dinge wollen und dann will man sie halt wirklich weil auf dieser ebene sind wir quasi ego und zwar in dem gesunden sinne das müssen wir sein das brauchen wir ähm da entwickelt sich das was man jetzt in meiner arbeit als selbstwert bezeichnet sehr massiv da entwickelt sich noch vertrauen in mich in meine umwelt in die menschen das heißt diese entwicklungsebenen haben massiven einfluss darauf wie sich mein bewusstsein entwickelt und verändert und diese entwicklungsebenen bedeuten auch dass in diesem zeitraum jetzt nehmen wir mal die egozentrische ebene wo das das thema ist mein entwicklungsthema sozusagen brauche ich als kind als mensch bestimmte einflussfaktoren von außen die mich unterstützen die mir das geben was sich da eben entwickeln muss das ist auf dieser ebene natürlich eine positive spiegelung dessen du bist hier du bist gut auch wenn du gerade vielleicht wütend bist und ein eis willst vor mittag essen was es halt nicht gibt ist okay eis gibt später aber du als mensch bist okay dieses egozentrische braucht dieses sich ausdrücken können weil das natürlich eine riesen kraft wenn das in uns entsteht aber es braucht natürlich vor allen dingen auch das angenommen sein dann entwickeln sich diese ebenen immer gesund wenn ich das so sage entwickeln sich gesund heißt es eben auch dass da auf jeder dieser entwicklungsebenen auch ziemlich viel schief gehen kann und ich kenne niemand der da ungeschoren davon gekommen ist in der entwicklung ich auch nicht wir haben alle unsere themen und diese themen haben massiv damit zu tun warum wir konflikte haben zu welchen themen wir sie haben wie sie sich entwickeln und wir uns wie wir uns darin verhalten können auf der egozentrischen ebene wenn wir da mal ein beispiel nehmen wenn ich beispielsweise in einer familie aufwachse die aufgrund der eigenen geschichte der eltern selber gelernt haben dass richtig wütend und laut werden so das darf man nicht oder vielleicht dürfen es die jungen und die mädchen nicht gibt es ja auch wieder geschlechterspezifische unterschiede natürlich ja so was wird dann dem kind in dieser egozentrischen phase vermittelt also im besten falle wird vermittelt ja du bist okay aber sobald du wütend wirst mögen wir dich nicht mehr sobald du wütend wirst und laut wirst stecken wir dich in die ecke da bist du alleine da hast du dich zu beruhigen das heißt wir entziehen dir die aufmerksamkeit wir entziehen dir die auch ein stück weit die zugehörigkeit die sicherheit hier dazu zu gehören der familie wir entziehen dir die liebe das hat für ein kind wenn es das öfter erlebt ja massive auswirkungen natürlich auf den emotionalen haushalt weil die wut geht ja nicht weg wut ist im grunde nur ein ausdruck von ich will was und ich will es jetzt und der ist halt auf der egozentrischen ebene erst mal am stärksten und wenn ich dann aber lerne das ist nicht okay ich leide natürlich dann drunter wenn ich wenn ich liebesentzug bekomme das heißt dann werde ich lernen diese wut irgendwo anders hin zu packen zumindest nicht auszudrücken so und da ahnen sie vielleicht schon das kann natürlich in konflikten massiven einfluss haben zum beispiel dass ich nicht rechtzeitig nein sage ja dass ich merke wenn ich eine anfrage kriege stellen sie vor die person ist später führungskraft und hat mitarbeiter die sich stark fordern und die führungskraft traut sich nicht nein zu sagen und wenn dann der mitarbeiter zum dritten mal kommt dann sagt sie immer noch ja schafft es nicht zu sagen ich kann nicht mehr schafft es nicht eine grenze zu ziehen denn das ist das was wir auf der isa ebene lernen müssen dann wird das konflikte produzieren andersrum natürlich genauso wenn sie als kind lernen wenn sie wütend werden kriegen sie alles das gibt es ja genauso das heißt sie kriegen eine positive lernerfahrung durch wut ausdruck sorry jetzt kriege ich hier gerade eine rückmeldung dass da was verschwunden ist ich hoffe es klappt wieder ich habe hier nichts verändert also hoffe ich dass es weiter klappt also wenn ich durch wütend werden alles kriege dann lerne ich auf dieser ebene meine bedürfnisse erfüllen sich es ist gut dann bin ich halt noch mehr wütend dann reagieren meine eltern also die person vor denen ich gesunde respekt haben sollte und könnte die 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 springen wenn ich nur laut genug bin und rumschreie und richtig mich ausagiere wenn ich das zu oft und dauernd erlebe dann wissen sie natürlich auch wie die person ihr konfliktverhalten als erwachsener haben wird sie weiß sie wird sehr schnell sich trauen wütend zu sein weil das nicht gefährlich ist das ist für eine andere person ist das gefährlich für die person nicht wenn sie das nicht bewusst hat dann kann sie das erstmal auch nicht kontrollieren und wir wissen natürlich dass das für für mitarbeiter für teams massive wirkungen haben kann so das nur mal als grundidee zum thema entwicklungspsychologie mir geht es jetzt nicht darum dass wir hier eben jetzt eben jede ebene hier genau durchgehen das wird zu lange dauern soll ja hier erstmal nur ein kurzer impuls werden und gerne wenn sie dann dazu noch fragen haben gern noch in die kommentare schreiben kann ich ja bei einem der nächsten mal noch mal dezidiert darauf eingehen was die grundidee für mich jetzt hier ist die ich ihnen gerne mitgeben möchte ist dass wir in unserer entwicklung also von geburt bis zum erwachsenen durchlaufen wir verschiedene emotionale bewusstseinszustände die wir jetzt hier eben mit diesen phasen egozentrisch konformistisch rational beschrieben haben und wir entwickeln in diesem aufwachsen irgendeinen gewissen zum einen einen gewissen schwerpunkt wo wir uns am wohlsten fühlen ja das ist meistens jetzt mal wenn sie hier zuhören vermutlich hier schwerpunkt ziemlich weit oben pluralistisch integral jeder der diese grafik soweit versteht der so ein thema interessant findet erwachsener hat zugang zu dieser integralen ebene weil sonst interessiert sie so ein thema hier meistens gar nicht aber wir haben eben auch einen emotionalen schwerpunkt das eine ist also was wir kognitiv verstehen können das andere ist wo wir unseren emotionalen wohlfühl schwerpunkt haben also da wo wir uns am sichersten fühlen und das hat natürlich massiv damit zu tun was sie für emotionale lern erfahrungen in diesen entwicklungsphasen machen so wie ich es eben gerade beschrieben habe jetzt mal an diesem einen kleinen beispiel zum thema wütend werden in der egozentrischen phase gibt es natürlich das gleiche jetzt wenn wir ein stück weiter gehen konformistische phase auch das ist die phase wo sie lernen wie gehe ich auf andere menschen zu wie gewinne ich zugehörigkeit wie gewinne ich freundschaften wie verhalte ich mich so dass ich angenehm bin für andere dass also andere mit mir sein mögen das lernen kinder relativ früh oder sie können es relativ früh natürlich lernen das sind die spielphasen wo sie mit anderen kindern spielen wo diese sozialen lernprozesse natürlich immer wieder und immer wieder durchlaufen und gelernt werden und die sind massiv wichtig weil da lernen wir eben uns gut wirklich gut anzupassen unsere egozentrischen impulse gut zu unterdrücken weil sie sonst nie mit anderen kindern spielen würden ja also wenn sie immer ihr ich will alles haben und du nimmst meine schaufel nicht und haust sie auf den kopf da spielt niemand mit ihnen das heißt dann müssen sie langsam lernen diese egozentrischen impulse klein zu halten zu unterdrücken und dann zu erleben oh das ist ja schön wenn andere mit mir spielen so das ist das was wir auf dieser eben lernen es ist schön mit anderen zu sein natürlich die grundlage für alle kooperativen arbeitsprozesse also im grunde für alle arbeitsprozesse weil es kaum arbeitsprozesse gibt wo wir ganz allein etwas für uns machen außer wenn ich hier so mein video mache okay aber ich habe es auch halbwegs gelernt naja anyway so also auf dieser konformistischen phase erleben sie also andere emotionale anpassungsprozesse auch wieder im guten sinne und auch hier kann natürlich massiv was schief laufen das kennen sie auch alle wenn wir uns nicht trauen dann in der gruppe ehrlich zu sein weil wir angst haben dann mögen uns die anderen nicht mehr dann zeigt sich im grunde genau dieser emotionale anpassungsprozess und wenn der zu stark ist das heißt wenn sie sich niemals trauen in einer gruppe was zu sagen was den anderen nicht gefallen könnte dann wird es natürlich schwierig für sie weil sie dann immer ihre meinung unter gruppenmeinung stellen und das ist a nicht gesund für die gruppe das weiß man natürlich heutzutage weil dann meinungen verloren gehen und b ist es aber auch nicht gut für sie weil natürlich dadurch ihre vielleicht wichtige impulse verloren gehen ihre eigenen themen nicht eingebracht werden und so weiter so an diesen beiden kleinen beispielen hoffe ich wird schon ein bisschen deutlich da entwickeln sich also unsere unsere emotionalen muster und das sind immer auch unsere konflikt muster ja das sind immer die konflikt muster die sich dann zeigen wenn es halt wirklich eng wird ein konflikt bedeutet ja im grunde dass sie wenn sie konflikt mit jemand haben dann sehen sie keine sinnvolle oder mögliche strategie für ihre eigenen bedürfnisse zu sorgen so und dann fängt der konflikt an dann wird es stressig dann müssen sie überlegen was mache ich jetzt so und wenn wir da dann anfangen in kampf zu gehen also weil wenn wichtige bedürfnisse nicht erfüllt werden dann werden die dringender und dann werden wir aktiv und in diesem aktiv werden zeigt sich dann eben welche emotionalen muster habe ich quasi im wesentlichen gelernt es kann sein dass ich im konflikt beispielsweise sehr kooperativ bin wenn meine konformistische entwicklung so ist dass ich immer gucke dass es vor allen dingen auch anderen gut geht dann werde ich dieses konflikt muster auch im konflikt im tatsächlichen konflikt natürlich versuchen das heißt dann versuche ich immer lösungen zu finden wo der andere sich auch integriert sieht das ist häufig ja sehr sinnvoll ja das sind auch die konflikt lösungen die wir natürlich suchen und brauchen weil wir wissen ein konflikt eskaliert dann wenn niemand mehr auf den anderen rücksicht nehmen kann oder rücksicht nimmt so das ist mal das eine das mal nur ganz bitte auch nicht jetzt hoffen dass noch mehr dass wir da in die tiefe gehen können ich möchte erstmal so einen groben auch überblick geben wo wir mit diesem ganzen thema konflikte verstehen und lösen hingehen können also im konflikt ist das eine thema sehr individuelle emotionale muster die sich aus der eigenen biografie entwickeln die sich dann im konflikt zeigen und im konflikt entweder hilfreich sein können also deeskalierend sein können oder natürlich eskalierend sein können nun sind wir aber nicht wir sind keine individuellen wesen wir sind auch in organisationen und die erfahrung zeigt einfach dass unser umfeld in dem wir uns befinden massiven einfluss darauf hat ob konflikte positiv angegangen werden oder ignoriert werden oder sogar weiter eskaliert werden das hat und das würde ich ihnen einfach auch nur kurz hier anreißen damit zu tun dass nicht nur wie individuen uns natürlich entwickeln sondern logischerweise wenn wir als menschen individuell uns weiterentwickeln in unserer in unserer fähigkeit empathie auszuüben in unserem bewusstsein andere werte zu verstehen entwickelt hat das natürlich immer auswirken auf die formen der zusammenarbeit die wir entwickeln und das hat man auch vielfältig untersucht und das ist auch so eine ähnliche grafik wie sie gerade individuell gesehen haben kann man jetzt und bitte vorsicht sehr 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 vereinfacht und sehr grob auch auf organisationen auf teams zum beispiel übertragen das hat man eben hier auch versucht ein bisschen historisch zu zeigen damit bin ich immer ein bisschen kritisch aber da die theorie das so aussagt habe ich das hier so übernommen aber die idee macht mir sinn dass eben nicht nur individuen sich entwickeln sondern natürlich auch die eben unsere form wie wir dann zusammenarbeiten entwickeln sich mit und da kann man eben sagen dass es eher wie von der organisationsform die eher sehr machtorientiert waren dann wurde diese macht eingegrenzt durch regeln normen haben sich hierarchische organisationen entwickelt später wurde da also die naturwissenschaft aufkommen das versucht effizient zu organisieren und heute sind wir dabei langsam besser zu verstehen dass wenn wir zusammenarbeiten müssen wir eigentlich eher wie netzwerke zusammenarbeiten dass hierarchien da oft zu eng sind bis hin dass wir sagen hier auch eine zusammenarbeit ein unternehmen kann quasi wie ein organismus funktionieren warum hat das bedeutung für konflikte diese formen der organisation hat natürlich inhärent mit bestimmten werten zu tun also eine machtorganisation ist definiert dass quasi die oben sind die am meisten physische psychische oder welche form von macht sie jetzt auch nehmen oder finanzielle macht das heißt das ist von der tendenz eine eher egozentrisch getriebene organisation das heißt organisation die eher eine starke macht struktur hat ist eine chance dass die konflikte eher angeheizt werden weil das quasi die form ist wie sich hierarchie bildet ist sehr stark gilt ähnlich auch für hierarchische organisationen nur hat das da mehr ist das mehr sozusagen die regeln eingenommen aber auch hierarchische funktionen die haben zum teil natürlich eine stark konflikt mildernde funktionen weil sie ihre vorgehensweisen haben ihre regeln ihre normen wo man eben versucht menschen diese ganzen egozentrischen impulse in die fassung zu bringen das ist der vorteil aber hierarchische organisation auf der anderen seite können natürlich auch massiv konflikte unterstützen weil der hierarchische organisation lebt natürlich vom von der hierarchischen dass man die durchlaufen will man will nach oben kommen so und das ist eben da auch die gefahr dass da konfliktmuster dadurch verstärkt werden das kann auf jeder ebene passieren aber wie gesagt für den ersten beiden ebenen halte ich die tendenziell da konflikte zu verstärken ähm da ist der meisten tendenz vorhanden zumindest aus meiner erfahrung das heißt nicht das effiziente netzwerk und organisch als organismusvergedachte organisation keine konflikte hätten weit gefehlt aber die haben eine andere einen anderen prozess damit umzugehen die haben anderen ansatz ein anderes system wie sie eben konflikte auch verstehen die sind also nicht entweder bedrohlich werden verschwiegen was natürlich in in hierarchie organisation auch sehr gern passiert sondern werden schon mal anders verstanden und häufig auch besser genutzt natürlich gibt es da viele probleme auch viele schwierigkeiten keine frage aber mein eindruck ist dass dieses dieses verständnis dass dass auch organisationen einen inneren entwicklungsprozess durchlaufen der sich auch sichtbar macht in bestimmten eben strukturen in verhaltensweisen und dass es da unterschiede gibt das hat massiven einfluss darauf wie mit konflikten umgegangen wird ähnlich spielt das rein beim thema führung das will ich ihnen auch hier nur kurz anreißen zum thema konflikte verstehen und lösen hier sehen sie wieder diese beiden entwicklungs sozusagen ebenen übereinander gestellt aber jetzt mal gegeneinander dass man überlegt okay wenn ich führung habe in einem team ja dann kann man eben sehr sehr vereinfacht sagen dass hier auf der linken seite die führungskraft einen bestimmten emotionalen schwerpunkt das ist hier damit gemeint also jede führungskraft hat meistens die fähigkeit integral zu denken das nicht der punkt aber emotional sind nicht führungskräfte sehr selten auf einem integralen schwerpunkt also ich würde nie behaupten dass ich da bin emotional ich bin eher so auf einem rational leicht pluralistischen schwerpunkt emotional und natürlich gibt es führungskräfte die ticken sehr stark konformistisch und es gibt auch führungskräfte die ticken emotional sehr stark egozentrisch und die idee ist jetzt in dieser grafik nur mal kurz angerissen hier dass wenn sie eine führung in einem team haben dann müssen die entwicklungsebenen halbwegs zusammenpassen eine egozentrische führungskraft die ein team führt das sehr pluralistisch tickt das wäre hier von links unten nach rechts oben dann haben sie also eine führungskraft die quasi nur die eigenen vorteile überwiegend sieht und die soll ein team führen in dem werte wie gleichberechtigung gleichwürdigkeit führung auf augenhöhe gelebt werden wollen das passt natürlich überhaupt nicht zusammen jetzt sagen sie ja sowas kann nicht passieren dann sage ich ja doch das kann leider schon passieren natürlich umso mehr je mehr personalentscheidungen fernab von der realität in der organisation getroffen werden dann kann es eben teilweise passieren dass ein team eine führungskraft vor die nase gesetzt bekommt im wahrsten sinne und die emotional überhaupt nicht zusammenpassen und das schafft natürlich konflikte ohne ende jetzt haben wir viel über übersprochen so über grundsätzliche thematik erstmal individuell wie versteht man konflikte wo kommen die her aus diesem thema emotionale entwicklung und dass ich da bestimmte schwerpunkte habe die dann im konflikt sich ungut verhalten können den bereich organisation wer damit zu tun hat und führung und jetzt würde ich Ihnen gerne nochmal einen kurzen ausblick geben auf das thema ja aber wenn wir jetzt mit konflikten besser umgehen wollen konflikte lösen wollen wo müssen wir denn dahin was machen wir denn da grundsätzlich was es braucht in konflikten jetzt muss ich nochmal kurz hier zurückspringen was es in konflikten braucht und im grunde von allen konfliktbeteiligten aber das ist natürlich Illusion das zu haben aber es braucht von den von in konflikten dann zumindest eine person die das versucht einzubringen ist eine integrierende sichtweise auf dieses thema was passiert gerade hier im konflikt wer ist mit welchen emotionalen themen beteiligt wenn es um thema führung organisation geht muss das natürlich auch berücksichtigt werden das heißt sie brauchen menschen die die fähigkeit entwickelt haben jetzt zum einen konflikte ein stück weit kognitiv zu verstehen das ist aber gar nicht so das große problem sondern hauptsächlich mit menschen emotional so umgehen zu können dass sie mit den verschiedensten persönlichkeiten und der verschiedensten art auch emotional eben sich auszudrücken und zu verhalten im konflikt dass sie das integrieren können dass sie diese menschen verstehen und im prozess der konfliktlösung drin halten können und das ist eine der größten herausforderungen zumindest sage ich das nach vielen erfahrungen in der ausbildung mit menschen und auch nach meiner erfahrung auch meinen grenzen in der mediation dass ich es auch nicht immer schaffe jeden mensch so abzuholen in der konfliktarbeit dass die person sich wirklich verstanden und sicher fühlt so und diese fähigkeit also eine quasi so eine umfassende empathiefähigkeit zu entwickeln das würde ich hier mal ganz oben auf der integralen ebene sehen und das ist natürlich jetzt kein endzustand das ist ein entwicklungsprozess wo ich immer wieder mal bin und auch wieder zurückfalle aber was es eben braucht um mit konflikten gut umzugehen zu können ist genau diese emotionale fähigkeit meine empathie für die unterschiedlichsten verhaltensweisen emotionalen reaktionen von menschen so auszuweiten dass diese person sich von mir verstanden fühlt sicher fühlt und durch einen gemeinsamen konfliktlösungsprozess durchführen lässt so wie gesagt diese integrale ebene ist jetzt eine ebene die die mehr so eine richtschnur ist ich sage nicht dass ich da bin sondern es ist mehr so da will ich sein da versuche ich immer mehr hinzukommen und diese entwicklung ist eben auch hilfreich zu verstehen um sie jetzt muss ich mich hier ein bisschen aus dem bild nehmen um sie unterstützen zu können wenn sie jetzt im bereich tätig sind wo sie sagen na gut wir haben hier konflikte was machen wir jetzt dazu ist erstmal nur ganz kurz noch ein ausflug in diese entwicklungspsychologie wichtig dass wir verstehen wenn wir uns mit persönlichkeitsentwicklung befassen auch mit organisationsentwicklung wie ich hier kurz nur angerissen habe gibt es mal drei formen von entwicklungsrichtung und die muss man sehr sehr klar auseinanderhalten gerade wenn es um den bereich konfliktlösung geht wichtig sind erstmal hier nur die oben beiden regression der dritte ist quasi konflikt behaftet ja weil dann gehen sie auf sehr egozentrische ebenen zurück die knallen schnell zueinander aber die wichtige unterscheidung die ich Ihnen hier kurz vermitteln will ist die zwischen translation translativer entwicklung oder auch horizontaler entwicklung zum unterschied zu transformativer oder vertikaler entwicklung transformation vertikale entwicklung haben wir schon besprochen und das ist dieses wachstum hier auf der linken seite über diese farbigen ebenen beschrieben jetzt nehmen wir mal von egozentrisch konformistisch rational was wir halt als menschen durchlaufen das ist ein transformativer entwicklungsprozess warum ist der transformativ weil sich da grundlegend was in unserer Weltsicht verändert grundlegend was in unserer auch empathiefähigkeit verändert weil wir auf sehr grundlegende weise neue Weltsicht entwickeln eine egozentrische Ebene und das ist nicht abwertend gemeint das ist einfach eine Ebene die wir alle haben eine egozentrische Ebene sieht überwiegend nur mich ich denke wirklich alles bezieht sich auf mich ich denke so ich fühle auch so das ist nicht bösartig gemeint wenn wir da sind oder wenn Kinder da sind da müssen wir durchlaufen wenn ich als Erwachsener da rückfalle ist das auch selten bösartig gemeint wenn es unbewusst passiert sondern das ist einfach ein Regressionsprozess so dann wachse ich da hinaus aus dieser egozentrischen Sicht und kann plötzlich auch die Bedürfnisinteressen anderer Menschen sehen und lernen die zu integrieren das nennen wir dann konformistische Entwicklung so das ist ein echter transformativer Prozess der eine massive Veränderung meiner Weltsicht mit sich bringt meiner Fähigkeit mich in andere Menschen einzudenken und 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 davon unterscheiden muss man sogenannte Translation das ist Wachstumentwicklung auf der Ebene auf der ich bin ohne diese Ebene zu verändern und Translation bedeutet dass ich das was ich schon kann bis ich mich zu dieser Ebene entwickelt habe habe ich ja viele Fähigkeiten entwickelnd die erweitere ich auf andere Bereiche ja also nehmen wir mal an ich bin als Erwachsener so emotional auf einer rationalen Ebene gelandet so wie ich das heißt ich habe eine bestimmte Weltsicht habe eine bestimmte Empathiefähigkeit und ich kann mich mit diesen grundlegenden Fähigkeiten kann ich natürlich enorm Wissen ansammeln ich kann studieren ich kann noch Arzt werden ich kann versuchen Musiker zu werden ist zwar bei mir Hopfen Malz verloren aber ich kann es ja versuchen Sport würde ich auch mal lassen aber theoretisch könnte ich dann noch sehr sehr viel weiterentwickeln aber diese Entwicklung passiert ohne dass ich mich transformativ weiterentwickele mein Weltbild bleibt gleich meine emotionale Entwicklung bleibt gleich und kann trotzdem eine Menge Wissen ansammeln warum ist das wichtig für die Konfliktlösung ist das wichtig weil die transformative Entwicklung von Menschen brauchen sie wenn sie Konflikte besser lösen wollen weil Konflikte zeichnen sich dadurch aus dass wir eher regredieren in unserer gegenseitigen Fähigkeit uns wahrzunehmen wir fallen auf uns zurück wir werden tendenziell egozentrisch wir haben nicht mehr so viel Offenheit für den anderen bis dahin dass wir den anderen als Feind sehen und das ist natürlich ein Problem das heißt wir müssen entweder uns selber da wieder rausholen durch transformative kurze Entwicklung im Grunde wir können es ja anders wir wollen es nur nicht oder sind zu verletzt wenn wir andere Menschen unterstützen müssen wir ihnen helfen aus ihrer eigenen Sichtweise rauszuwachsen und das ist genau das Problem was ich für mich so identifiziert habe warum es so schwierig macht manche Konflikte zu lösen denn diese Weiterentwicklung die ich Ihnen hier gerade gezeigt habe diese transformative Entwicklung war das nicht gerade nee stimmt schon diese transformative Entwicklung also dieser Pfeil hier nach oben der kann relativ schnell gehen wenn ich da schon innerlich eigentlich bin ja also wenn ich da durch meine durch eine halbwegs gesunde Erziehung Sozialisation fähig bin mich in andere Menschen einzufühlen dann falle ich da natürlich im Konflikt mal raus das ist normal das passiert mir auch aber ich kann mit ein bisschen Unterstützung mit ein bisschen Ruhe mit ein bisschen Reflexion da wieder hinkommen wenn ich da aber noch nicht wirklich bin in dieser Fähigkeit dann kann ich das natürlich auch als Erwachsener noch ein Stück weit entwickeln aber diese Entwicklung braucht Zeit und meistens massive Unterstützung so und wenn natürlich jetzt im Konflikt jemand mit beteiligt ist der da aus welchen Gründen auch immer und das ist keine Schuldzuschreibung weil diese Personen haben sich das nicht ausgesucht nicht in der Lage ist sich in andere Menschen so einzudenken und fähig ist das zu tun dass dann dadurch sich der Konflikt entspannt dann können sie natürlich an dem Konflikt noch so viel rumarbeiten da wird diese Spannung nicht rausgehen und das ist natürlich jetzt sehr sehr vereinfacht dargestellt aber ich will Ihnen hier nochmal das Grundmuster versuchen zu zeigen warum ich glaube dass manche Konfliktlösungen eben sehr schwer sind manchmal und eben auch scheitern weil da Menschen nicht in der Lage sind oder auch nicht genug unterstützt werden können in dem Moment in diesem Prozess wieder offen zu werden für ihre Kollegen Mitarbeiter Familienmitglieder wen auch immer damit sich emotional die Menschen da wieder verbinden können sich wieder als Menschen sehen können und nur so kann ja dann die Konfliktlösung entstehen weil die Konflikte die meiste Energie im Konflikt ist den anderen als Feind zu sehen oder zumindest als Hindernis und das ist eine Schutzfunktion die wir alle haben wenn wir glauben wir kriegen nicht das was wir brauchen dann ist der andere ein Hindernis und das zu verändern ist ein emotionaler Prozess eben ein transformativer emotionaler Prozess den man unterstützen kann ja das kann man unterstützen das ist Arbeit das geht aber wenn diese Unterstützung nicht kommt dann bleibe ich da halt auch innerlich und dann bleibt die Konfliktlösung quasi auch stecken und stehen okay jetzt habe ich gerade einen kurzen Blick auf die Zeit ich bin schon relativ weit fortgeschritten ich hoffe sie sind noch fünf Minuten bei dir und dann bin ich auch schon durch also zu dem Thema Konfliktlösung braucht es aus meiner Sicht zwei sehr sehr grobe Bereiche an denen man arbeiten muss das eine ist ein sehr individueller Bereich das ist die sogenannte individuelle Transformation also wie ich gerade beschrieben habe diese Weiterentwicklung meiner Fähigkeiten meiner Empathiefähigkeit meiner Fähigkeit Perspektiven zu wechseln das nenne ich Transformation habe ich hier jetzt mal vereinfacht wie das oft beschrieben wird von der Egozentrik zur Weltzentrik Weltzentrik bedeutet im Prinzip bin ich fähig sehr sehr verschiedene Sichtweisen kulturelle Sichtweisen in mir zu verstehen und stehen zu lassen ohne gegen sie sein zu müssen sondern ein Bewusstsein zu entwickeln das sind alles Menschen die versuchen zu leben das ist ein weltzentrisches Bewusstsein da sind wir nicht immer und dann braucht es eben eine Praxis das zu verändern diese Praxis ist Selbstreflexion jetzt in meinem Verständnis weil Selbstreflexion macht Dinge bewusst und nur was ich bewusst habe kann ich verändern ganz konkret jetzt mal das natürlich ein bisschen auf mich bezogen ist das viel Biografiearbeit das hat kontemplative Elemente alle jede Praxis die mir bewusster macht was mir unbewusst war ist eine transformative Praxis das ist es denke ich was es auf einer individuellen Ebene braucht und natürlich wenn man das selber erstmal nicht kann oder nicht nicht leicht fällt braucht es da Unterstützung und es braucht natürlich auch eine sogenannte kollektive Transformation weil sie haben gesehen kollektive Systeme Organisationen haben massiven Einfluss darauf wie Konflikte ausgetragen werden das heißt hier brauchen wir auch natürlich eine Praxis die versucht diese kollektive Entwicklung diese kollektive Transformation voranzubringen da gibt es auch schon finde ich gute Ideen Richtungen wo Menschen Systeme sich bauen wo eben eine gesunde Form von Macht ausgeübt werden kann also Führung oder diese autoritäre Macht diesen blinden Glauben wo mehr Selbstverantwortung gelebt wird mehr Selbstorganisation gelebt wird ich denke das sind Prozesse die dann ein per se schon anderes Konfliktbewusstsein haben können oder leben können und wenn das einhergeht mit einer gewissen individuellen Unterstützung wo sie notwendig oder sinnvoll ist glaube ich dann kann man wirklich was voranbringen im Bereich der konstruktiven Konfliktlösung soweit will ich es erstmal stehen lassen ich hoffe ich habe sie euch jetzt hier nicht alle unterwegs verloren nicht nur technisch sondern auch inhaltlich gerne ich gucke mal kurz in den Chat ich hoffe Laurenz du hast mich wieder gefunden weil du geschrieben hast du hast mich kurz verloren dann war hier kurz die Frage aus LinkedIn geht der kollektiven die individuelle Entwicklung voraus soll es vermutlich heißen das ist ein bisschen Henne-Ei-Problem es gibt kein Kollektiv ohne das Individuum und es gibt kein Individuum ohne das Kollektiv I don't know es ist ein verwobener Prozess wo wir glaube ich nicht sagen können was wem vorausgeht aber das ist aber jetzt meine persönliche sozusagen wie ich mich dazu in diesem hin und her Henne-Ei-Problem verhalte ist ich würde sagen ich fange beim Individuum an weil in dem System in dem ich noch lebe schaffen Individuen bestimmte Organisationen also ich habe mit Gründern zu tun die schaffen dann selbst organisierende Unternehmen aber das sind ein oder zwei drei Leute die das machen so wenn diesen zwei drei Leuten genug transformative Entwicklung erfahren haben oder wissen worum es geht und da einen Wert drauf legen werden die natürlich ein ganz anderes System schaffen was eine viel höhere Chance hat dass da Konflikte einen sinnvollen Prozess erfahren so deswegen bin ich ein Befürworter der individuellen sozusagen Priorität der Entwicklung aber im Endeffekt glaube ich ist es echt ein Henne-Hei-Problem weil ich kann mich ja auch fragen wie komme ich denn auf die Idee die ist ja nicht aus mir herausgekommen aus Markus individuell sondern ich habe das irgendwie von anderen also meiner Umgebung mitbekommen also schon mal meinem Kollektiv ja so sieht es aus aber ich persönlich arbeite sozusagen auf individueller Ebene auf kollektiver Ebene zu arbeiten ist da ist möglich ist aber jetzt nicht mein Fachgebiet würde ich mal sagen okay ich bin gern noch ein paar Minuten da der Stream läuft ja noch eine Weile für Fragen die gerne im Chat schreiben sonst bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit freue mich wenn wir uns hier mal wiedersehen wie gesagt der Plan ist das vielleicht hier nochmal zu machen so ein bisschen weiß ich nicht Konfliktsprechstunde oder sowas mit so ein bisschen Input und Austausch einzurichten wer dazu Interesse hat gerne mal in die Kommentare schreiben dann kann ich mir dazu was überlegen oder auch Themen die man hier die hier sinnvoll vielleicht behandeln kann was sie am meisten interessiert und sonst bringe ich natürlich dann auch in Zukunft immer mehr diese so Detailthemen wo man dann das Thema hier nochmal vertiefen kann alles klar dann wünsche ich Ihnen da draußen unbekannterweise Ihnen und Euch eine schöne weitere Mittagspause hoffentlich und noch einen ganz schönen Tag vielen Dank fürs dabei sein und bis zum nächsten Mal ciao ciao alles Gute